. Wir kommen frisch aus dem Kino mit wir, meine ich mich, Alper von Cinema Strikes Back und Coldmirror, Kadi. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Ähm, gut. Die Frage haben wir nicht abgesprochen. Muss ja, ne? Ja, aber wir haben einen Film mitgebracht. Nämlich Fantastische Tierwesen 3, so quasi einer der größeren Blockbuster vor den ganzen Sommer-Blockbustern. Startet am 7. April in den deutschen Kinos. Und er ist mit zwei Stunden und 22 Minuten ... ... bisschen ... lang. Lang, ja. Ich frag mal direkt ganz für den Anfang, wie gehypt warst du auf diesem dritten Teil von Fantastische Tierwesen? Wie gespannt warst du auf die Geheimnisse des Dumbledore? Eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich musste mich zwingen, den zweiten Teil noch mal zu gucken. Mhm. Um zu wissen ... Ja. ... noch mal geguckt und, ähm, na ja. Aber aus irgendeinem Grund ist jetzt so in den letzten Jahren, seit ich diesen zweiten Film gesehen habe, der Hype sehr abgeflacht. Also, das Feuer im Herzen ist doch recht ausgeglüht irgendwie. Aus Gründen. Ja, kann ich nachvollziehen. Und trotzdem sprechen wir heute sehr ausführlich noch über Fantastische Tierwesen 3. Es wird keine Spoiler geben, sag ich mal vorweg. Und, äh, ja. Herzlich willkommen. Es geht immer noch um Newt Scamander und seine fantastischen Tierwesen und darum, die finsteren Pläne des Gellert Grindelwald zu durchkreuzen. Und dabei wird Newt natürlich von einer illustren Truppe geholfen. Unter anderem auch von Gellert Grindelwalds ehemaligem Liebhaber Albus Dumbledore. Oh! Es tut mir leid, sie zu stören, Albus. Aber es gibt beunruhigende Neuigkeiten. Worum geht es dabei? Um Grindelwald. Kari, warum interessierst du dich denn sonst nicht mehr so für die Wizarding World, was Fantastische Tierwesen angeht? Kannst du das benennen? Interessieren schon, aber ich hasse es, dass ich mich dafür interessiere. Es ist so ein bisschen ... Also, ich hab jetzt so in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass es wie ein Zeitschriften-Abo ist, was man abgeschlossen hat. Aber man ist zu faul, um sich abzumelden. Und man kriegt immer noch diese Zeitschriften rein. Und natürlich liest man das auch, aber denkt, eigentlich mag ich das nicht mehr. Und die Comics sind auch langweilig. Und das Spiel ist blöd, das brauch ich nicht. Aber ich hab's halt. Dann kommt was Neues raus, eine neue Zeitschrift. Natürlich guck ich mir das alles an. Und jetzt hab ich mir auch den Film angeguckt. Und ich werde mir auch weitere Filme angucken. Ich find's sehr witzig, bei der Hobbit hat man sich ganz lange darüber beschwert, dass aus diesem 300-seitigen Kinderbuch so drei Filme gemacht wurden. Und jetzt macht man fantastische Filme. Gar kein Buch. Und machst fünf Filme daraus. What the fuck? Was glaubst du denn noch, was da im vierten und fünften Teil noch kommen wird? Also ... Keine Ahnung. Eigentlich soll es ja immer ... Es soll ja von Dumbledore und Gellert Grindelwald immer noch Beef geben. Die ganze Zeit. Und jetzt ... Diesem Film war schon ein bisschen Beef. Und in den nächsten zwei dann eben noch mehr. Beef. Immer, immer im Gange, die beiden. Also, würdest du auch schon so weit gehen, zu sagen, das fühlt sich gar nicht mehr so wie klassisches Harry Potter an, sondern wie was völlig Eigenes in der eigenen Welt? Schon, aber Harry Potter hat halt Materie. Und diese andere Welt ist so masselos. Das ist so ein Void, ein schwarzes Loch. Ja. Es ist auch da, aber auch irgendwie nicht ... Aber eigentlich, ich mein, in diesem Film, der wird ja von J.K. Rowling geschrieben. Er wurde ja sogar ein Jahr nach hinten verlegt, damit sie sich weiter aus Drehbuch konzentrieren kann. Und Steve Clough schreibt ja eigentlich mit nach über einem Jahrzehnt oder so was, ist ja wieder dabei. Das war ja derjenige, der ganz viel mit J.K. Rowling zusammengeschrieben hat. Im ersten auch das Drehbuch geschrieben hat. Genau. Und dennoch würde ich so weit gehen, zu sagen, das fühlt sich nicht wie Harry Potter an. Soll es natürlich wahrscheinlich auch nicht. Aber genau das hat mich persönlich auch so ein bisschen dran gestört. Ist das bei dir genauso? Ja. Also, um jetzt schon wieder den Vergleich zum zweiten Teil zu ziehen. Im zweiten Teil habe ich mich noch gefreut, Hogwarts zu sehen. Nee, Harry Potter-Bezüge, da freue ich mich dann als Fan. Ja. Und habe das dann genossen. Und in diesem Teil, man sieht es ja auch im Trailer, kommt auch Hogwarts vor. Aber da hat man echt gemerkt, das habt ihr doch nur für den Trailer gemacht, damit ihr das Leuten wie mir zeigen können, die irgendwie nach jedem Halm greifen, was irgendwie mit Harry Potter zu tun hat. Nostalgie. Aber das, was auch immer da in Hogwarts passiert, das hätte eine E-Mail sein können. Das hätte man in einem Absatz schreiben können. Ach, übrigens Leute, ne? Und dann machen wir das und so. Ja. Dankeschön, Dumbledore. Dafür sind wir jetzt alle hergekommen nach Hogwarts. Mhm. Ja, Essen war gut. Aber... Ja, aber ich meine, Harry Potter sind ja auch die Abenteuer von Ron und Hermine und Harry. Natürlich. Kann man das hier mit... Also, ich sag's mal so, ist Newt jemand, der diesen Film so tragen kann? Beziehungsweise er und seine gesamte Truppe? Wenn es eben nur Newt wäre, dann vielleicht. Aber ich glaube, in Harry Potter war es nie so, dass man so viele Handlungsstränge hatte. Und jetzt macht Harry das und jetzt macht Hermine das. Und hier ist es Newt. Und es ist Kowalski, sein Kumpel. Dann ist es Gellert Grinnewald. Dann ist es Dumbledore. Und die sind all over the place. Dann diese Lally. Genau, und wie sie alle heißen. Und es der und die und der und die und der. Bisschen so eine Star Wars-Situation, wie es auch da war. Wo dann ganz viele verschiedene Handlungsstränge kommen. Ab und zu treffen sie sich. Haben ein Meeting. Ja. Wie gesagt, das hätte eine E-Mail sein können. Und dann gehen sie wieder auseinander und haben noch mehr Abenteuer und Pläne. Unterm Strich zu viele. Oh, was haben die für Pläne? Pläne. So viele Pläne, dass sie am Ende doch keine Pläne sind. Okay, das klingt alles jetzt erstmal so, als wäre das super, super negativ. Als wären wir aus dem Kino gekommen und hätten so einen Hals gehabt. Aber was hat dir denn gefallen an dem Film? Oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ganz genau. Das ist natürlich, wie du es schön gesagt hast, Gellert Grinwald, Dumbledores ehemaliger Liebhaber. Gespielt diesmal nicht von Johnny Depp, sondern von Mads Mikkelsen, dänischer Schauspieler. Ich würde ihn zu einer Pizza einladen. Ich auch. Und ich doll umarmen dabei. Ich auch. Ich weiß, dass du dänische Delikatessen zum Beispiel sehr magst. Und ich meine, dass Mads Mikkelsen ein guter Bösewicht sein kann, weiß man ja auch spätestens seit ... Er hat es den ganzen Film für mich getragen. Er hat die ganze Stimmung von, oh mein Gott, das ist Johnny Depp in einer irgendwie hässlichen kleinen Bärtchen und blond gefärbten Haaren und so einen komischen Pupillen-Dings, die so eine Kontaktlinse, lächerlich umgeschlagen zu, oh mein Gott, ich verstehe, warum Dumbledore so zwiegespalten ist, gleichzeitig in ihn verliebt ist und gleichzeitig denkt, oh fuck, der ist gruselig. Bei mir hat so exakt 0,7 Sekunden gedauert, bis ich gesagt habe, ja, das ist Gründelwald. Das ist Gründelwald. Ich meine, klar, das war jetzt auch im zweiten Teil, wurde dir erklärt, dass er sein Äußeres verwandeln kann und so weiter. Und ich dachte mir, wenn ich mein Äußeres verändern könnte, dann wäre es auch Mads Mikkelsen. Immer Mads Mikkelsen. Auf jeden Fall. In jeder Form. Hast du Der Rausch gesehen? Ja. Letztes Jahr? Ja. Ich fand den, ich habe dem, das war, glaube ich, der einzige Film letztes Jahr, dem ich hier die volle Punktzeuge gegeben habe, den ich absolut geliebt habe. Ich war sehr traurig am Ende irgendwie. Also das hat mich schon zu Tränen gerührt. Aber besser fand ich, ähm, Helden der Wahrscheinlichkeit. Den habe ich lustigerweise noch nicht gesehen. Ich habe das aber noch vor... Den fand ich richtig gut. Ja. Gut, also das Mads Mikkelsen liefert ab. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch dann ein Grund, den Film vielleicht zu gucken, wenn man ihn mag. Er trägt es für mich. Also das ist auch dann auch ein Grund, warum ich jetzt sage, ich fand den Film jetzt nicht brutal scheiße und ich habe so einen Hals, sondern ja, ja, den kann man angucken, wenn er da ist. Bist du denn heiß darauf, gleich nächste Woche nochmal ins Kino zu gehen und dir den gleich ein zweites Mal zu geben? Näh. 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 Ich auch nicht. Aber Harry Potter Film ist das ja eigentlich so. Also wenn ich persönlich irgendwie Stein der Waisen gucke, dann habe ich irgendwie nach einem, wirklich nach einer Woche denke ich mir auch, eigentlich hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn ich jetzt mal gucken würde, mich dazuzusetzen und den nochmal zu gucken. Bei dem hier hat sich das Gefühl bei mir nicht breit gemacht. Harry Potter ist auch so, zumindest bei mir, ich bin damit aufgewachsen und das ist so ein Film, wenn es vorgeschlagen wird, wollen wir den gucken. Ach joa. Und wenn mir der jetzt, also der Dumbledore Secrets vorgeschlagen wird, würde ich sagen, why? Dann müssen wir die ersten beiden auch noch gucken. Ja. Wie war der Film denn für dich so atmosphärisch? Weil ich fand so gerade, es gibt einen Teil, ohne das jetzt zu spoilern, ich sage Stichwort Krabben, da wird es relativ witzig und albern. Das kommt doch auch im Trailer vor. Das kommt auch im Trailer vor, genau. Und ich habe mir gedacht, wäre der gesamte Film irgendwie oder viel mehr von dem Film in dieser Tonalität gewesen, dann hätte ich Spaß damit gehabt. Ja. Ich fand den teilweise sehr, sehr ernst und, ja, gerade, er hat recht oft auf die Tränendrüse gedrückt. Weißt du, was ich meine? Oder empfindest du das ganz anders? Doch, ja. Also es gab, also ich spoiler jetzt nicht, aber schon Momente mit, wo das Thema Tod vorkam, auch ein bisschen. Momente mit Schmalz, gab es auch. Und auch Liebe und so ein Kram. Aber was vornehmlich war, also ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, es passiert sehr viel im Film, aber oft habe ich dann gedacht, ich hoffe, gleich passiert mal was. Also es war die ganze Zeit Bang, Bang und Boom und Krach und geile Effekte, aber es ist keine Handlung passiert dabei. Wann geht es denn jetzt mal weiter? Wann machen sie denn mal was? Ja, und ich persönlich glaube, das lag an den Figuren. Also weil es gerade genau wie du gesagt hast, weil es zu viele Figuren gab, auf niemanden wurde so richtig der Fokus gelegt. Dann jetzt der, dann jetzt der, dann jetzt der, dann jetzt der und dann war der Film irgendwann vorbei und ich dachte mir, ja, was waren denn jetzt bitte Dumbledores Geheimnisse? Aha. Kommen wir zu Jude Law, Albus Dumbledore. Ja. Was sagst du? Ja, er ist natürlich auch anguckbar, ne? Und die Geheimnisse? Sind es Geheimnisse? Es ist ein Geheimnis. Ich meine, der Film heißt Dumbledores Geheimnisse, also wird es doch wohl ganz viel um Dumbledores Geheimnisse gehen. Aber die Secrets, da ist das S am Ende, ist zu viel, würde ich jetzt gesagt. Also da hätte ich mehr erwartet. Mehr so singular, ne? Ja. The Secret of... Ja, und das eine Secret, wo ich jetzt glaube, dass es das ist, ist so ein, oh, da, okay, ja. Und das erwähnt ihr so in einem Nebensatz. Ich meine, eine Person wird ja auch The Secret of Dumbledore genannt, das ist, ich meine, das ist jetzt kein Spoiler, aber Credence. Credence, von dem man irgendwie erst ein The Strange, jetzt ein... Ist das ein Spoiler? Wusste man das schon im zweiten Teil, dass er ein Dumbledore ist? Ich frag mal hinter die Kamera. Ganz am Ende, genau. Okay, ganz am Ende wurde es wohl gut. Okay, ich bin auf der sicheren Seite. Ja, was ist mit diesem Credence? Weil ich dachte, nach dem zweiten Teil hatte ich gedacht, dass es jetzt total viel um Credence und Ezra Miller gehen wird. Nee. Plötzlich, er hat lange Haare, wird nicht erklärt, warum. Ist jetzt wahrscheinlich schon ein Jahr vergangen. Bläh, Lockdown und so. Da kann es nicht zum Friseur gehen in der Zaubererwelt. Und dann sieht er so aus, wie er aussieht. Ja. Und kränkelt dann so ein bisschen irgendwie im Hintergrund immer rum und guckt so. Und das ist alles, was er macht. Wie viel hat er, hat so drei Sachen gesagt? Ungefähr, ja. Vier Sätze, kommt hin. Er hat mehr auf Spiegel geschrieben, als wirklich gesagt zu haben. Aber, und ich finde auch, dass das ein ganz großes Ding ist mit diesem Film, ich habe es noch vor dem Kinobesuch, bevor wir uns hingesetzt haben, gesagt, die haben wirklich, die versuchen wirklich, Spannung aufzubauen, mit Figuren, von denen man weiß, dass sie, ich weiß doch, dass Albus Dumbledore nicht sterben wird, wenn er da kämpft. Das wird doch, das ist doch überhaupt, also, wie soll da wirklich, das ist aber das klassische Prequel-Problem. Hast du das, ja, auch so empfunden? Ja, aber man will ja schon wissen, ob er sehr viel aufs Maul kriegt oder nur etwas weniger aufs Maul, bis er dann doch überlebt. Das will ich dann sehen. Das ist dann auch irgendwie. Wie er von mal zu mecklst und aufs Maul kriegt. Naja. Das ist aber ein anderer Fetisch, über den wir nicht reden. Stimm ich, aber bin ich voll bei dir. Gut. Gibt es noch irgendwelche ganz wichtigen Sachen, die du über diesen Film loswerden möchtest? Oder irgendwas, was dir noch auf dem Herzen brennt zur Wizarding World, zu Fantastische Tierwesen? Sollten die Leute jetzt ins Kino rennen und sich den Film angucken? Also, Marz Mikkelsen ist natürlich wunderschön und guckbar. Was mir noch aufgefallen ist, seine Aldi, also die Freundin von Newt, die kam ja gar nicht vor. Tina, stimmt. Ihr habt schon ihren Namen vergessen. Die war halt so auch so, na, ja, ich bin dann und du machst und das war's. Wirklich. Ich glaube, die hatten eine Screentime von ungefähr 17 Sekunden. Ist nicht mehr da. Ja. Das ist mir noch aufgefallen. Sehr, sehr verwirrender Film, aber trotzdem am Ende guckbar. Ja. Wie gesagt, nicht scheiße, aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, hey, den müsst ihr unbedingt im Kino gucken, sondern den kann man mal gucken. Finde ich auch. Also, er ist teilweise recht unterhaltsam, rasant, nett anzusehen, mit recht viel Gefühl. Auch wenn ich mich die ganze Zeit frage, warum mich das, diese Wizarding World, immer noch interessieren sollte, aber ich bin auch von uns beiden nicht gerade der große Harry Potter Fan, das muss man noch irgendwie mit dazuwerfen in den Raum. Gerade aber auch, genau wie Kadi es sagt, weil es zu viele Figuren gab, auf die, also der Fokus verliert sich so ein bisschen, finde ich, und, ähm, ja, das klassische Wizarding World, das klassische, sorry, das klassische Prequel-Problem, dass da dann auch nie wirklich Spannung aufkommen möchte und dennoch ist es irgendwie ganz in Ordnung. Ja. Ich gebe dem, ich gebe dem, wir haben so ein, immer so ein Fazit in unseren Kritiken am Ende, wo wir dem Film Punkte geben von 0 bis 10 und ich gebe ihm 6. Oh. Ja. Da bist du mehr als ich. Ich hätte gesagt, 5,5. Ja. Gut. Aber aufgerundet dann auch 6. Mit gutem Willen, mit Mats Mikkelsen, der... Ja, Mats Mikkelsen macht alleine irgendwie die Hälfte dieser Punkte aus, wenn wir mal ganz ehrlich sagen. Verdammt, Mann. Ich konnte nicht anders, als in den ersten zwei Minuten des Films erst auf dem Bildschirm zu sehen. Ich dachte, ach, jetzt. Danke nochmal, dass du da warst. Sehr gerne. Wir verlinken natürlich hier ein Video von dir, nämlich die letzte Folge von 5 Minuten Harry Podcast Beef im Wald. Richtig. Hieß die Folge. Und direkt darunter, wenn ihr da mit euren Fingern drauf toucht, auf euer Handy oder wo auch immer, kommt ihr zu Marios Video, nämlich über die coolsten Saurier in Jurassic World und Jurassic Park. Ein wirklich megacooles Video. Bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back. Und jetzt. Bis zum nächsten Mal.